Guten Tag! Sie hat sich nochmal umgedreht und gelächelt. Weil wir Stars sind. Warum fragen die uns denn nicht nach Autogramm eigentlich, verstehe ich nicht. Die erkennen uns noch nicht. Die erkennen uns noch nicht. Meinst du nein? Nein. Hi. Wir sammeln Geld. Hätten Sie einen Euro? Wir machen Straßenkunst. Okay. Weil andere können Geige spielen oder singen oder Gitarre. Wir können uns halt nur albern anmalen. Okay. Und weil Künstler gerade halt keine Jobs haben, so wie wir, haben wir uns gesagt, wir nutzen einfach das, was wir können, nämlich uns anmalen. Verstehe. Wer den Euro kriegt da, darf ich auch ein Bote von euch? Natürlich. Wenn du in der Stunde noch mal kommst, sind wir noch schöner. Mhmm. Noch schöner als jetzt. Mhmm. Hier vor dem Hund. Danke. Auch gleich zwei. Das ist aber süß. Du hast doch einen süßen Rock an. Alles Gute. Tschüss. Und viel Genuss mit den Erdbeeren. Ja, danke. Ein bisschen. Ach, die war süß. Eine Süßmaus. Ist eine Süßmaus. Tja, ist halt wirklich bei Tageslicht ein bisschen schwirriger. Ja, aber da sind halt auch weniger Assis unterwegs, ne? Ja, abends würde ich das hier nicht machen. Um Gottes Willen. Ja. Nur mit Securité. Securité. Schau. Das sowieso. Hallo. 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 Guten Morgen. Was hat die Dame gesagt? Guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Das war ja beliebt von der Dame. Ne? Sie hat auch eine Süßmaus. Eine Süßmaus. Ja. Eine Marmeladenmaus auch. Eine Marmeladenmaus auch? Ja. Ach so. Mhm. So sehen Marmeladenmäuse aus. Zum Beispiel. Was wusste ich? Die sind aber auch sehr wandelbar, Joris. Die kann ich dir gleich mal sagen. Nicht, dass du dann das nächste Mal jemand anders siehst und weißt, eine Marmeladenmaus sieht ganz anders aus. Die sind wandelbar. Wandelbare Marmeladenmäuse. Hallo. Guten Tag. Wir schminken uns für Geld. Wir sind arbeitslose Künstlerinnen. Hätten sie einen Euro übrig? Ja. Echt? Oh Gott. Sie sind ein Goldstück. Toll. Danke sehr. Die zweite heute. Ach, die waren süß. War das auch nochmal mal Ladenmaus? Ja. Guten Morgen. Guten Tag. Wir sind keine Make-up-Artists. Wir sind nur Transvestiten. Viel Spaß. Danke sehr. Ebenso. Dankeschön. Wir sind ja keine Make-up-Artists. Wir sind nur Transvesti. Ist doch so. Oder würdest du dich als Make-up-Artistin bezeichnen? Also entschuldige mal bitte. Wir sind halt nur Transvestiten. La Sülzschmare. Wann kommen denn hier mal Schwule? Da sitzen wir in der Motzstraße und keine Schwuchtel kommt vorbei. Sieht nicht anders aus als sonst? Siehst du mich von weiter weg? Nein. Also genauso unter hier Pflüsch wie sonst? Genau. Hat auch so ein bisschen Scheiße. Guten Morgen. Wir schminken uns für Geld. Haben sie einen Euro übrig? Hallo. Hallo. Wir schminken uns für Geld. Wollt ihr was spenden? Wir haben keine Jobs. Wir sind arbeitslose Transvestiten. Wir sind schön auch. Wir sind fast schön. Und ihr seid homosexuell, oder? Was? Seid ihr homosexuell? Geil. Für jeden 2 Euro. Oh, danke sehr. Gerne. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ach süß, zwei Schwule mit Geld. Wir schminken uns für Geld, weil wir gerade arbeitslose Künstlerinnen sind. Haben sie einen Euro übrig? Ja. Oh, danke sehr. Sie haben auch sehr stramme Beine. Das ist sehr attraktiv. Danke schön. Gerne. Oh, danke schön. 2,40 Euro. Oh, geil. Danke sehr. Tschüss. Das ist ein Sekt. Danke, tschüss. Seinen Arsch. Hat einen schönen Arsch. Find diesen Arsch. Oh, der war geil. Wir hätten mal so ein Kartenlesegerät mitnehmen. So zum Auflegen. Sie können ein paar Gedust zahlen. Kontaktlos. Gerade in Zeiten von Corona. Hör mal, das ist wichtig. Was ist das? A und O ist das? Hör mal. Was ist das, was am A und O dran sein? Hier kommt dauernd so ein Pupgeruch um die Ecke. Riechst du das auch? Weil wir, glaube ich, über der Kanale... Das ist ein Pupgeruch hier. Ich hätte gerne mal so ein Sekt. Hallo. Hallo. Wir schminken uns für Geld, weil wir keine Jobs haben, weil Corona ist. Habt ihr einen Euro übrig vielleicht? Oh, we are underbooked transvestite. Also, wir machen unsere Art outside in den Straßen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Also, wenn ihr eine oder zwei Coins habt, die ihr nicht für etwas anderes braucht, wie Poppers oder Condoms, dann könnt ihr unsere Muesli-Bowl von Coins. Woher gehst du? Ich bin hierher. Oh, danke. Von wo? In Italien. In Amikatorien. Oh, hallo, hallo. So, are you on vacation or do you live here? I will... We live here, yeah. Cool. Yeah, well then, thank you so much and have a beautiful afternoon then. Yeah, you too. Goodbye. Bye, enjoy. Ach, von die Süß, die zwei, ne? Meinst du, die sind jetzt schon zusammen hierhergereist oder haben die sich hier kennengelernt und ficken jetzt? Die ficken jetzt bestimmt. Ficken. Guck, da kommen, der hat nen Pimmel. Hallo. Wir sammeln Geld für arme Transen, hast du nen Euro übrig? Der hat nen riesen Pimmel gehabt. Ja. Das deckt heute auch überhaupt nicht. Ich schmier das... Ich hab so Streifen im Gesicht. Ich weiß auch nicht. Ich muss an der Luft draußen liegen. Das liegt an der Luft. Ich schmink mich nie mehr draußen. Ich auch nicht. Das war das letzte Mal. Ich wollte gerade sagen, das war alles meine Scheißidee. Ja. Weil du halt immer so Scheißideen hast, da kommen schon wieder Spule. Nee. Nee? Nee? Die wollen lieber in unsere Puperze eindringen. In unsere gemeinsame Puperze auch. Genau. Ist ja ein Familienloch. Ja. Ich mach mal das. Ach. Aber einen Euro nehmen wir, wenn sie wollen. Dankeschön. Ach Gott. Schönen Nachmittag. Süß. Guck mal, die Leute wie nett die sind. Ja, wenn man nur die Fresse aufreißt, um was zu sagen. Ja, ich mach das nicht. Deswegen hast du ja mich. Ja. Hi. Toll. Wir sammeln Geld für bedürftige Trans, weil wir keine Jobs haben. Hast du einen Euro übrig? Das hab ich darum gekümmert. Ach toll. Wir nehmen auch zwei. Oder zehn. Je nachdem ich spendabel und reich du bist. Na klar. Ich guck mal raus. Ich schmeiße das auch. Oh, danke sehr. Tschüss. Hallo. Hi. Oh, danke sehr. Oh, bist du süß. Oh, bist du hübsch auch. Ja, sehr hübsch, ja. Toll. Coole Aktion hier. Danke dir. Danke schön. Für ein Sekt reicht's. Toll. Na dann. Danke schön. Alles Gute, ja. Danke, tschau. Eine Süßmaus. Das war eine Süßmaus. Also die hat auch das Prädikat Marmeladenmaus verdient. Ach, das ist eine Marmeladenmaus? Wie? Ab wann isst man eine Marmeladenmaus? Hallo. Wir sammeln Geld für bedürftige Trans, weil wir gerade keine Jobs haben. Haben sie einen Euro übrig? Oh, das ist ein Goldstück. Oh. Wir haben da eine Spendenbox wegen Abstand und Corona und so. Danke schön. Danke sehr schön. Tschüss. Du Süßmaus. Süßmaus. Das ist süß von dir. Danke sehr. Schönen Nachmittag. Wir brauchen noch Sekt nach dir. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sammeln Geld für arme Transe, weil wir gerade keine Jobs haben. Hätten sie einen Euro übrig? Das ist süß. Normalerweise auch. Im BKA-Theater. So wie andere Leute Geige spielen oder singen oder getarren. Danke sehr. Sie sind ein Goldstück. Schönen Nachmittag. Gleichfalls. Tschüss. 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 Also da haben wir jetzt bestimmt schon sechs Flaschen Sekt. 25 Euro. Ja. Wir schminken uns für Geld, weil wir keine Jobs haben. Haben sie einen Euro übrig? Ich habe genau noch zwei Euro. Ach Mensch, gucke mal da. Wollt ihr nicht Milch anmachen? Dankeschön. Ja, dann sehen sie halt aus wie eine Nutte, ne? Eine schöne Nutte, aber wie eine Nutte. Das ist okay. Ganz ehrlich, besser als eine völlig übermüdete Mutter. Ach, das ist natürlich auch. Da wäre ich immer Nutte gerade. Wenn es eine High-Class-Nutte ist. Wenn es eine High-Class-Nutte ist. Danke sehr. Aber die großen Nutte machen das aber auch nicht. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Danke sehr. Das Kind ist sehr am Plärren, ne? Der ist mal Plärren. Das war richtig Plärren, ne? Plärren, ne? Also wirklich, also Gott sei Dank bin ich schwul. Ach so, ja. Ach so, ja. Weil du bist halt auch eine Süßmaus. Eine Marmeladenmaus auch. Du bist auch eine Marmeladenmaus. Ja, du auch. Guten Morgen. Der war schon da. Stimmt, der war sehr nett. Hat auch einen hübschen Hintern. Der hat mal bei mir einen Kiez gewohnt, mit dem hätte ich bei einer mal gebumst. Ach was. Vor 10 Jahren. Hallo. Hallo. Wir sammeln Geld für bedürftige Transen, weil wir keine Jobs haben. Habt ihr einen Euro übrig? Oh, schade. Der Link hat auch einen schönen Arsch. Oh, oh. Hat der einen Arsch. Oh, raum auf mit der Kamera. Weil wir nicht richtig Jobs haben. Für jetzt wird es kommen. Sorry? Es wird kommen. Oh, ich hoffe so. Ja, hoffentlich, ja. Ich brauche auch. Tschüss. Du hast ein tolles Fahrrad. Ja, süß. Guck nach vorne, Mensch. Das ist doch eine Saukuh. Das ist doch ein Opfer, ey. Ja, voll. Hallo. Hi. Hi. Jetzt sehe ich wieder aus, als würde ich in den Club gehen. Ich habe extra gehört, ich mache ein bisschen Dezember, weil hell und draußen. Nee, das ist ein leichtes Tagesmittag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Da freue ich dich auch mal. Ja. Ja. Bei Oli Schminke geht es ja bei mir gar nicht. Ach, naja, das denken wir auch immer. Weil irgendwie kommen wir trotzdem durch den Tag, ne? Ja, genau. Tschüss, schönen Nachmittag. Tschüss. So Ron Holschuh, wir sind jetzt wirklich fast schon fertig. Aber bevor ich mich umziehe, muss ich dringend pissen. Ich gehe mal auf Tö. Tö, Tö. Und dann ziehen wir uns um. Mhm. Bist doch eine Süßmaus. Ich bin auch eine Klatschmaus. Klatschmaus auch. Mhm. Ja. Guten Morgen. Wie nix. So, jetzt anfangen wir mal. Oh, guck mal. Sag mal, so eine Ferienlaune. Guten Morgen. Hi. Danke sehr. Dankeschön. Das heißt, wir sind gerade die Pfandtransen. Wir sind die Pfandtransen. Haare. 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 Was ich in meiner Frisur gefunden habe. Einen Nagel. Einen Nagel. Hallo. Wir sammeln Geld für bedürftige Tanz, wenn wir keine Jobs haben. Haben sie in Euro vielleicht? Ja. Oh toll, das ist aber nett. Danke sehr. Das ist süß. Ich muss niesen gleich. Danke. Oh, danke sehr. Wir wünschen euch jetzt auf Nachmittag. Tschüss Maus. Oh, danke sehr. Sie sind Goldschrank. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein Glas Sekt anbieten, aber wir haben keine Gläser mehr. Aber danke, sehr freundlich. Alles Gute. Sehr freundlich. Alles Gute für Sie auch. Ich bin halt ne alte Frau bei mir. Dauert es viel länger mit dem Umziehen. Komm Ron, film mal von da. Die Gäste wollen es sehen. Das sind auch die älste Strumpfuse. Der Vorteil ist ja auch, wir haben jetzt einen riesen Mundschutz zwischen uns, ne? Ja, das stimmt. So. Oh, die hat schöne Haare. Haare? Oh. Ja. Warte mal. So. Jetzt, ähm... Ja. Jetzt, ähm, halt mit den Brüsten wird es schlimm. Jetzt film mal, Ron. Das ist grad lustig. Wirklich. Ja, jetzt darf er wieder. Ich bin ja gecovert. Das sag ich doch. Geh ich mal kurz in die Zauberkugel. Hallo. In den Zauberlappen, meine Liebe. So, kannst du mir meine Brüste mal reichen? Ja, Moment. Da ist nur eine. Ne, es müssten vier sein. Das ist so, als wenn so Vanillepudding anfängt zu schimmeln nach der Zeit. Weinhaus. Ja. Ich sitze hier nackt. Dankeschön. Ich brauche nur die einen Brüste. Achso, okay. So, jetzt brauche ich noch meinen Schlüpfer. Meinen schwarzen Bauchweckschlüpfer. Was macht ihr denn? Sie zieht sich um. Siehst du doch. Klaus Tölle, nicht? Na süß. Na ja. So, jetzt muss sie mich wieder covern. Kennst du die kleine Madonna? Ja? Nee, aber warte mal. Du musst sie auf den Boden stellen und ich heb sie auf wegen Abstand. Ach, die kleine Madonna. Ich glaube, sie will das nicht. Lass sie mal bei dir, weil die kennt mich auch gar nicht. Balzt sie mich noch oder pingelt mich voll oder so. Wir setzen uns einfach noch im Fummel hier auf die Straße. Und sammeln Geld. Ich meine, jetzt kommt das Geld erst richtig rein, jetzt wo wir aufgefummelt sind. Du läufst dann auch immer so. Ja. So haben wir Haare. Können wir hier Hose. Ach, Hose. Ron, Holz. Und da müssen wir noch einen Kassensturz machen. Ja. Oh, vielen Dank. Das ist sehr süß. Schön am Mittag. Tschüss. Hanulle Marulle. Du. Ich verstehe gar nicht, wieso wir überhaupt noch arbeiten gehen, wenn man einfach beim Schminken schon so viel Geld verdient. Ja, nicht? Und es ist ja alles steuerfrei. Schau mal Ron. Ich lasse das mal hier doch kurz laufen, als ich dann die Lippen noch machen muss. Ich wollte gerade sagen, die schönsten Beine ever. Das ist gemein, ne? Dankeschön. Was ist denn eigentlich mein Gloss? Also ich mache jetzt kein Gloss, weil dann kleben die Haare wieder so ab. Und bei dem Wind heute ist das nicht empfehlenswert. Nicht wahr Ron? Außerdem heißt es Schloss. Schloss. Ach, das ist doch schön. Hör mal. Obwohl, das sind ja alte Hände. Hallo. Wir sammeln Geld für bedürftige Künstlerinnen, weil es keine Clubs gibt. Haben sie einen Euro übrig? Schade. Schönen Nachmittag. Tschüss. Keine Ahnung. Hallo. Wir sammeln Geld für arme Transvestiten, weil wir keine Jobs haben, weil es keine Theater und Clubs im Moment gibt. Oh, sie haben einen sehr schönen Hund. Ach, ist der Hund süß. Wie heißt es denn? Wie der heißt? Ja. Da ist Hatschi. 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 Ich möchte den Hund auch machen. Oh, und er hat so schon so im Gesicht geschickt. Also, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 48, 50, 41, 41, 41, 41, und das in 2 Stunden ungefähr? Ist das eine Stunde lang von 30 Euro durch 2? Von 15 Euro. Ja. Das ist sogar über Mindestlohn, oder? ja nicht war schön mit dir mit dir nicht aber wir trotzdem auch noch weiterhin spenden möchte unsere großartige kunst und weil man so schön so lustig sind der kann natürlich mir auch bei mir auch ich melde jetzt auch einen an ich mache jetzt auch und dann sagen wir jetzt einfach mal alles gute und bei schweiß und jetzt rennen wir weg hab ich mir mein Handy runtergeschmissen oh scheiße Sharing is caring